Hier steht, dass ich von neun Vierteln der Plattform auf drei Viertel reduzieren muss. Hang on. Fatschung, ist hier noch frei? Der übrige Zug ist voll. Nein! Doch! Ich bin übrigens Ron Weasley. Ron, Ron, Ron Weasley. Wir werden beste Freunde. Ich bin Harry, Harry Potter. Also, ist das wirklich wahr? Ich meine, du hast wirklich Nennhörten. Ach so, ja. Voll krass. Ihr Lieben, etwas Süßes? Nein, vielen Dank. Ich bin versorgt. Wir hätten gern alles. Es heißt Leo Samosa, nicht Levi Osawa. What?